So und willkommen zurück zu einem neuen Part von Phasmophobia, immer noch am 31. ist es gelungen, am 1.11. Ähm, ja, ist schon ziemlich spät. Es ist 3 Uhr nachts. Ja, wir haben quasi gar kein Problem mitten in der Nacht. Oh mein Gott, ich hab grad zwei Punkte mit einem Boll gemacht, der ist rein, rumgerollt und nochmal rein. Natürlich, das wird natürlich. Guck, ich hab ein Video beweist. Ja, natürlich. Oh mein Gott, das hat noch nie jemand von mir geschafft, ich bin so sicher. Das ist ein Weltrekord. Guck mal hier rein, Leute. Oh mein Gott. Das ist ein paar Anfang. Gut, gut, gut. Das ist bestimmt geil. Wir haben uns schon für einen Job entschieden. Wir nehmen wieder nicht die High School bei Sanity Pills. Wir werden nicht die High School. Ja, die High School ist groß und wir werden die Pilze brauchen wahrscheinlich. Ich hab den Job geändert. Du was? Also ich hab den Job beibehalten, aber dadurch, dass ich nochmal die Schule gezeigt hab, ist es bereit weg. Ah, äh, ja. Okay. Gehen wir rein. Achte auf. Yay. Geräusche. Das ist meine, das ist meine. Ach Gott. Ich will die da haben. Und das will ich haben. Und, äh, und ich will das da haben. Okay. Ich will das da haben. Geist finden. Hindern sie die Geist. Sie haben zu mir. Fucking Crucifix. Äh, lassen sie ein Teammitglied Zeuge eines Geistes, wenn es wird, das kriegen wir hin. Äh, reinig sie bei, in der Nähe. Und es gehen wir auch mit Reichen, Stäbchen, das ist gut. Äh, der Name? Mark Miller. Also Double M quasi. Äh, Geist, äh, sowohl Gruppen als auch Einzelnehmens. Gut, das ist gut. Das ist besser, ja. Okay, äh, Mark Miller und, ja, suchen wir erst mal den Raum. Okay, okay, in dem Raus haben wir heute schon mal. Hey, something's wrong. Are you able to hold? Who can you call? Who are you gonna call? Chaos, pasta. Ich will nicht wissen, wie viele das schon gezogen hat bei dem Spiel. Zu viele. Ja, viel zu viele. Nehmen wir wieder in die Küche. In der Küche ist irgendwie immer. Was denn? Oh mein Gott! Wo ist das Telefon? Hallo? Was? 10, 9 Grad? Wie viel, wie viel Ausschlag? Drei. Ach, grad? Bist du hier? Er ist in meiner Küche. Äh. Warum ist er in meiner Küche? Bist du ein Kind? Alter, oh, Alter, halt. Äh. Geht es dir gut? Bist du nett? Sei, Tommy, sei. Bin am Dein. Bin am Dein. Bin am Dein. Dein gesagt. 6 Grad. 7 Grad. 6 Grad. Leg das mal hier hin. Komm mal drauf. Ja, man kann's auch nicht drauf gucken. So. Irgendeine Tür, wo ging zu? Hast du eine Tür zugemacht? Nein, ich hab keinen schönen Zug gemacht. Ah, sehr gut. Wieso ist der immer in der Küche? Ich weiß es nicht, der ist immer da in der Küche. Gib mir die Kamera. Okay, äh, nimm mal... Nimm mal kurz die Fix noch mit. Okay. Ich räuche mal ein bisschen. Ähm. Ja. Okay, uns geht's noch voll gut. Ach ja. Oh, meine Kind. Sehr schön hier, Sie zu sehen. Ich mache einen guten Geruch hier drin. Sehr guter Geruch. Ich putze ihn. Ist okay. Ich putze. Tommy? Das war ich. Das war ich. Das war ich. Idiot. Minus 1 Grad. Gefrieretemperatur. Geisterbox. Tommy? Ja. Was? Du das mit dem Wasser? Ja. Ah, 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 okay. Ja, ja, hab ich. Das hat wohl recht. Steht die Kamera? Natürlich steht die Kamera. Nein. Geister-Ohr. Okay, warte, 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 warte. Wir haben... Mare. Wirst du mich verarschen? Geisterbox und Geister-Ohr. Ich hab beides im letzten Mal nicht gesehen. Oh, warte, wir haben einen Kruzifix in den Raum gelegt. Hatten wir Geisterbox? Nein, wir hatten... Ähm... Äh... Geisterbox. Nein, wir hatten Gefriertemperatur. Ja, und Geisterbox. Und Geister-Ohr. Ich hab Dei gesagt zu mir. Und Geister-Ohr. Das ist Mare. Schon wieder. Hier hatten wir aber letztes Mal auch, Mare. Da. Ja, okay. Die Zeit ist nicht mehr abgelaufen, bis welcher Geister sind. Na, das ging schnell. Tommy, wir müssen Geister-Event-Forum und... Wo hast du das Kruzifix in den Raum gelegt? Ganz am Anfang. Es liegt mitten im Raum? Nein, direkt in der Tür. Direkt in der Tür, wenn du in den Raum reingest. Dann ist das Kruzifix. Nee, ich leg's mal in den Raum. Hast du die Taschennappe? Welche? Ja, die brauchen wir nicht. Das will ich ja gucken. Hast du die Kamera? Die Fotokamera. Ja, mach Fotos bei selbstsamen Sachen. Und vom Geist, wenn's möglich ist. Klar, ich mach ein Foto vom Geist, wenn's möglich ist. Wenn er auftaucht, mach ein Foto. Wo ist das Kruzifix? Hier vorne, direkt hier unten. Da, direkt da unten, direkt schluss drauf. Ah. Es, äh, Friertemperatur... Fotowert? Nee, ne? Äh, der, das muss ich brauchen, aber... Was war das? Hm, ne Tür. Okay. Ähm, ja, schreib mal ins Buch, Mare. Du willst es wahrscheinlich nicht machen, aber... Äh, ich find ich gut. Geiste-Event. Äh, darf mir jetzt nicht, geht nicht. Gehen wir in den Keller. Okay. Ich meine, was soll schon schief gehen. Gehen wir die Sicherung rein. Sicherung rein. Warte, was ist denn auch ne Tür? Sicherung rein. Sicherung rein. Sicherung rein. Sicherung rein. Sicherung rein. Ich glaube, es ist in der Garage. Die Sicherung rein. Ja, stimmt, das war ich in der Garage. Entschuldige Leid. Wir machen die Sicherung rein. Sicherung rein. Sicherung rein. Sicherung rein. Sicherung rein. Wir machen die Sicherung rein. Sicherung rein. Ach, die Valenzen. Sicherung rein. Sicherung rein. Sicherung rein. Ach, da, rechts. Da war's. Okay, doch, hier war's. Äh, da. Da, 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 da. Sehr licht, mein Freund. Vielleicht nicht hier. Wie... Du kannst... Oh! Lichterflöcke. Oh Gott. Ich hab ein Bild. Ich hab ein Bild. Ich hab ein Bild. Oh, yes. Ich hab ein tolles gesehen. Er war vor mir. Er war in mir. Verti? Guck dir das Bild an. Ich will dich nicht sehen. Oh mein Gott. Oh, das ist ein gutes Bild. Scheiße, hatte ich Angst. Krieg ich dir. Oh Gott, hatte ich Angst. Übrigens war das kein Geiste-Event. Natürlich nicht. Ach, geh mir am besten einfach nochmal rein. Der kurze Fix hat er auch nicht ausgelöst. Oh! Aber wir müssen nochmal rein. Oh Gott. Ja, du machst die Fotos. Lalalala. Ja. Ich will das Bild nicht für euch unten rechts sehen. Mach ein neues Bild einfach. Nein, ups. Ja, dann ist eins weg. Nein. Oh Gott. Das Bild ist echt gruselig. Ja, aber sie sehen. Guck hier schon. Guck mal. Du siehst das in meiner Hand. Ja, ich weiß. Es ist echt gruselig. Es ist wirklich ein gruseliges Bild. Mach mal ein Bild. Mach mal Licht an. Dankeschön. Oh, das ist gleich viel. Sicherung raus, oder? Oh mein Gott, lass mich verarschen. Dürfen wir hier nicht mal eine Minute lang Licht haben? Mach es halt. Warte, hier machen wir alles. Warte, hier haben die schon will. Ich habe auch gar keine Angst. Nein, ich auch nicht. Ich habe keine Angst, dass du bei mir bist. Hast du mich gerade schreien hören? Natürlich, dass du mich schreien hören. Ich habe dich schreien hören. Ich habe echt Angst. Gib uns ein Zeichen. Gib uns kein Zeichen. Schlack doch mal im Licht. Oder... Wir müssen zusammenbleiben. Du musst sehen, wenn ich etwas sehe. Nein, es reicht, wenn einer von uns was sieht. Nein, nein, nein. Er stand doch da. Dass ein Kumpel das sehen muss, oder? Nein, nein. Einer von uns muss sehen, wie... ... ein Geisterwind passiert. Hier, Verti. Verti. Komm hierher. Komm hierher. Ja, guck dir das Dreckmasser an. Mach ein Foto. Oh, tschüss. Ich gehe. Danke schön. Danke, Guys. Du bist nett. Ja. Nein. Du nicht. Ja, das ging doch gut. Wir haben nicht mal seinen Namen gesagt. Das zählt nicht. Wir haben zwei Fotos. Okay, da steht's, Tommy. Da steht's, Tommy. Da steht's. Lassen Sie ein Teammitgliedszeuge eines Geiste-Events werden. Ich muss was hervorrufen und du musst es sehen. Oder andersrum. Aber das letzte Mal hat das Dreckige Wasser gezählt. Wie ist der geil? Ich werf den Namen mal sagen, okay? Was, du wirst den Namen Mark Miller mal sagen? Ja. Mark Miller, gib uns ein Zeichen. Bitte. Bitte nicht. Tommy ist flackert. Komm mit. Da bin ich jetzt eigentlich flackert. Das zählt. Das zählt. Das zählt. Ich hoffe, das zählt. Das müssen zählt. Nein! Tommy! Tommy, was macht... Was? Ich war das nicht. Ich bin so aus und dort. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, du lebst! Oh, ich dachte, du bist tot. Oh mein Gott, ich... Ich dachte, ich habe den Foto von deinem... Oh mein Gott. Oh Gott. Du lebst! Oh, ich dachte, du... Das ist der Leiche. Können wir fahren. Bitte. Das ist gut, du klickst. Wir müssen noch mal rein. Bitte. Ich will da nicht noch mal rein. Bitte. Wir haben wirklich viel, okay? Wir haben Ware. Wir haben zwei Fotos. Ich habe so Angst. Was ist denn passiert? Die Tür ist von mir zugegangen. Ja, jetzt habe ich gesehen. Die war übrigens nicht zugesperrt. Doch, war sie. Oder? Doch, war sie. Du hast sie genau dann wieder aufgehört, als es wieder ging. Oh Gott. Du hast dich bei der Tür versteckt? Ja. Ich habe so eine Angst. Hast du mich gehört? Nein. Hast du mich nicht gehört? Ich habe... Weiß ich nicht. Ich habe ganz... Gehört. Oh wirklich? Oh fuck. Alter war es gruselig. Ich gehe raus. Und die Tür geht zu. Sie wollte... Er wollte mich. Mark Miller wollte mich. Ich stehe da auf dich. Geh doch mal rein. Ich glaube, der will was von dir. Oh shit. Oh Gott. Nein, nein, komm schon. Geh doch mal rein. Ich gebe dir auf die Kamera mit hier. Fahr mit einfach los, okay? Ich habe wirklich Angst. Gruzifix, doch mal das Gruzifix. Verti. Geh da rein. Ja. Und du machst das. Du schaffst das. Hey Leute, ich zeige dir mal was cool ist. Ich verängstige Tommy. Ich mache mich lustig über dich, aber im letzten Podcast war ich fertig. Oh mein Gott. Ich bin ein Papier. Bei mir ist doch keiner. Oh nein. Hey Mark Miller. Das Licht flackert. Das ist hier draußen. Das Licht flackert. Was? Das Licht hat geflackert. Nö. Natürlich hat es geflackert. Mark Miller. Mark Miller. Mark Miller. Mark Miller. Mark Miller. Mille, Mille, Mark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorgi Boy. Mini. Oh, weißt du was? Ich hatte richtig... Ich hatte richtig... Ich hatte richtig Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mark Miller. Mark Miller. Mark Miller. Ich glaube, er hört mich hier nicht. Ich habe das letzte Foto gerade geschossen. Naja, er hört mich draußen nicht. Ich glaube, ich gehe mal rein und schreibe mal Mark Miller. Ich habe mich verklickt. Oh, das ist ja ungeschickt. Ja. Was soll schon passieren? Oh Gott, ich habe so eine Angst. 20 tolle für Fotos. Ja. Und 30 Sekunden. Die größte Figsaufgabe ist kacke. Oh. L1-4. Sehr schön. Was kannst du jetzt kaufen? Kann man sein. Weiß ich nicht. Ich habe nicht hingeguckt. Stativ. Stativ. Ja, Stativ kann ich auch schon. Kann ich auch nicht kaufen. Sennig wird nicht kaufen. Thermometer kann ich nicht kaufen. Geistbuch kann ich nicht kaufen. Ne, ich glaube, es gibt nichts. Wow. Nein, leider ist wirklich jetzt so ein. Sennig wird nicht gefüllen. Ah, verdammt. Ja, Leute, das war ein Part. Lass mal reagieren. Ja. Ich treffe nicht mal. Ich bräuchte einen Ball. Neue Basketball-Simulator. Ja. Okay, ich habe 25. Das reicht für diesen Part. Bis zum nächsten. Nee, kann bei 82 nicht aufhören. Tschüss. Tschüss.